yo leute willkommen zurück zu einer aufnahme session von minecraft in staffel fünf oder beziehungsweise bei meli staffel eins mehr kann ich nicht sagen oder sie ist gerade keine ahnung wo ich bin gerade mit einem absolut freien inventar irgendwo nirgendwo ach so und ich habe mir jetzt mal meine musik angemacht die war noch aus warum funktioniert mein snipping bei mir nicht weil er wieder sagt dass keine musik läuft ey was ist das kannst du jetzt das lied wieder an ja ich weiß auch nicht was das ist irgendwas ist mit spotify api wieder los so wir haben wie ihr seht wir haben die voicemot wieder zum laufen bekommen ja gut ja es war das support sie irgend ich habe die sagten irgendwas war da falsch eingestellt ich werde beim nächsten update mir die konfig vorher sichern also das ist safe ich werde selbst die konfig wirklich wieder immer sichern dafür ok soll ich jetzt wieder zurück warum warst du eigentlich noch mal unterwegs erkundung das dorf dorf finden ob sie jahren finden hatten wir nicht schon ob sie ich weiß es gerade gar nicht check das gerade mal ja doch wir hatten noch 24 ob sie schon ich hätte doch ob sie irgendwann geholt ja ich glaube ich wollte ein paar lava zu haben wir müssen noch immer übrigens überlegen wo für unser nether portal dort packen du weißt ja wo dein todespunkt ist ja richtig ja das war gerade dummheit im endeffekt ich lauf dir mal hinterher ja falls irgendwie hilfe brauchst du weißt dass man noch stimmen kann ne ja weiß ich eigentlich brauchst du mir nicht hinterherlaufen ich lauf jetzt einfach zum todespunkt und dann gucken wie weit der weg ist 6300 meter ach du scheiße ist ein zu weiter weg und das machst du ohne essen mitnehmen hast du hast du denn schon die idee wohin das nether portal hinpacken wollen eigentlich irgendwie keine ahnung passen wohin deine entscheidung meine entscheidung meine ich sollte mir glaube ich auch ein boot bauen weil ich meine da weißt du weißt dass ich immer noch nicht die grabsteine eingebaut habe dass du nur fünf minuten hast aber zum glück ist das nicht geladener junk zum glück bis jetzt ich muss ich will ich weiß was ich vergessen habe endlich der starter pack reinzutun ich werde das data pack schon reinzutun keine sorge das war meine schaufel ich will mal kurz noch was einstellen wo war das jetzt minimap settings so gerade die settings so was da und informationen ja bestimmt ich habe ja auch ich habe ich habe eine mod weniger eine mod mehr aber auch eine mod weniger was auch immer theoretisch passen muss ich habe unter dem minimap habe ich mir jetzt noch zeit anzeigen lassen was für eine welt ich bin was ich gerade für ein biom hatten was für ein lichtlevel wobei ich es gerade sehr interessant findet dass das lichtlevel obwohl ich gerade mitten irgendwo rumlaufe am tag null ist eigentlich 19 ganz ehrlich ich habe keinen plan wie sich diese info reguliert zweitag habe mal der fracht zu den falschen person ihr seht jetzt zwei stunden lang wie geht es mal also death point und wie gehe ich dann wieder zurück da so so läuft doch die aufnahme erst ist meine schaufel kaputt jetzt ist meine axt kaputt wenigstens kann ich am meisten gestorben und nicht mehr du das projekt geht noch lange es kann sich immer noch ändern meine damen und herren hier bin ich aus dem projekt aus projekt ist jetzt beendet nach nach dem bisschen fahrts ende das war stapel 5 bzw 1 wir arbeiten schon an schaffel 2 beziehungsweise respektive 6 genau wir planen wobei was 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 band ja eigentlich gar nichts am besten kein modpack bei modpacks modpacks bin ich einfach richtig schlecht auch es geht du musst du musst dich halt nur also das einzige was mich beim modpacks nervt ist halt dass du dich irgendwie 12 milliarden jahre rein lesen muss denn alles was da so drin ja hier ja ich habe mittlerweile gta 5 und 3b komplett von meinem rechner runter geschmissen also du hast also aufhören oha leuchte tinten fischer ich sehe die fischer gerade zum ersten mal ich bin ja da ich mache das dach ne ich sehe die ich sehe die fischer echt zum ersten mal also generell ach ja und über was wollen wir heute reden ich höre tatsächlich mit rp auf weil halt einfach für mich der mehrwert da nicht mehr gegeben ist und keine ahnung ich wäre eigentlich mein kanal auch umstellen man kennt das gerede und ja war halt nur rp und ich habe aber auch irgendwie einfach keinen bock mehr drauf ok ich sag mal so müde tat also es geht ja nicht mir tat die auszeit die ich jetzt hatte doch recht gut muss ich ehrlich sein so langsamer sich hier kriege ich wieder ein bisschen bock ich tatsächlich gar nicht also ich bekomme lust zuzugucken aber so richtig bock auf ich will wieder ja keine ahnung ist halt viel viel passiert ich habe gemerkt dass es irgendwie immer dasselbe ist mit den leuten erst haben sie verständnis dafür und irgendwann also sie haben verständnis am anfang dafür wo cwc dass du halt auszeit brauchst du machst die auszeit denen auch weiß auch ic ja und plötzlich bekommst dann nach einem monat so eine mail nach dem motto ja ich musste jetzt leider auf den kleinsten rang setzen und sollten sie sich innerhalb der nächsten zwei wochen nicht bei mir melden dann muss ich sie halt leider auch kündigen mit vielen herzlichen dank dafür so verständnis und so verständnis was ist das schon endlich haben wir den flint doch ja kleiner fun fact ich habe übrigens immer noch nicht gestreamt seitdem ich das angekündigt habe ich will morgen haben also zum zeitpunkt dieser aufnahme morgen am stream weil der server wo ich würde anfangen hat von samstagabend bis sonntag früh ein open day dass wir uns den anschauen können und das würde ich schaue ich mit mehreren leuten mit meinen leuten das soweit an und währenddessen wollte ich dabei live sein ja alles gut da soll ich unsere soll ich schon mal gucken wie der never aussieht oder wollen wir das zusammen geh ruhig rein dann hole ich mir aber mal kurz ich ziehe mir goldbrut an weil wegen den piglins halt ja ich habe mir überlegt diesen monat mir irgendwie auch stands of the forest zu holen ich habe ich habe es und willst letztendlich ja ich habe mir einige sachen angeguckt mit streams und so und keine ahnung auch ein paar videos dazu aber problematisch ist halt ich weiß nicht ob mein pc das schafft also der schädere und b es ist halt geld technisch gerade so ich muss dazu sagen ich habe keine ahnung ob es bei mir läuft ich habe es gerade erst wie gesagt installiert gab besser das krasse ist was halt natürlich sind wir trotzdem in der nähe eines crimson forest was halt einfach krass ist was was stands of the forest macht ist stands of the forest stellt die grafik settings auf deine hardware ein das heißt du bist grundsätzlich immer auf individuelle settings ja bei mir ist es halt im moment wirklich das geld technisch nicht passt sonst hätte ich mir das game auch geholt und hätte auch zwei leute mit denen ich das gespielt hätte jetzt dieses wochenende vermutlich auch dann angefangen hätte zu streamen aber ich denke ich werde jetzt am wochenenden league stream starten so zu wieder reinkommen wir spawnen übrigens in einem crimson forest haben aber leider auch einen basalt delta in der nähe basalt delta einer meiner nicht favorites biome weil da einfach so gut wie nichts ist das aber wir haben direkt wir haben aber direkt eine festung in der nähe das ist so geil moment eine bastion mit den piglets nein eine festung sonst hätte ich eine bastion gesagt okay ja gut das beste ist er hier tut mir nichts weil ich habe was goldenes an dass er sich hier nicht beschwert wie gesagt das ist ja ich gucke mir auch gerade mal ich mache jetzt mal eine nether tour meine ich mir ist das eigentliche wort dafür gerade nicht eingefallen wie man gemerkt hatte das exkursion ich habe keine ahnung jetzt da ist das habe ich mich jetzt nicht vertan ich habe mir jetzt gerade eine kopfschmerztablette gehört weil keine ahnung irgendwie drückt mein kopf gerade nicht dass ich während der aufnahme anbrechen muss warum ist denn jetzt hier ein hoglin die nerven doch auf einen hoglin habe ich jetzt überhaupt keinen bock ja ich habe auch gerade leichte kopfschmerzen also macht ihr nichts draus ja es ist das wetter glaube ich weil wieder dieser umschwung ist von sonne also von regen auf sonne und von kalt auf einigermaßen warm ja jetzt am wochenende soll das wetter jetzt ja echt beschissen wieder werden ja ok dann merke ich das gerade am schädel da ist über die woche hin recht schön angenehmeres wetter weißt du schön mit sonne blablabla jetzt kommt jetzt kommt das wochenende grau kühl super super wochenendwetter feucht ja keine ahnung ich bin nur sonntag also zum zeitpunkt der aufnahme wir sind jetzt gerade freitag da bin ich am sonntag mit meiner mutter bei meiner oma aber das wochenende zu hause deswegen war jetzt freitag oder morgen sehr gelegen weil sonst hätte ich jetzt irgendwie sonntag das wahrscheinlich nicht geschafft vor abend gleich zwei hoblins drei hoblins du hast kein bett gerade mit oder ich bin im nether ja das ist mir auch bewusst wegen keine ahnung dann muss ich jetzt gleich hoffen dass hier irgendwo ein npc dort ist wo ich mir gerade ein bett snacken kann ich weiß ich habe ein problem dass ich hier gleich drei hau glänze habe ich hatte übrigens mal ich meine ich folge ja sehr viel ich sage schnell ich folge ja sehr vielen youtuber und shortlern die auch shorts über minecraft machen und es gibt da ein tod den bekommst du meine ich nicht mehr in der jetzigen minecraft version weil sie diese mechanic raus gehebelt haben mir fällt gerade aber nicht dieser tod ein also der grund diesen todesgrund das ist der seltenste todesgrund die du haben kannst ok ja kann ich mal zur nächsten aufnahme session nachgucken oder ich schreibe es einfach irgendwo im video schreibe ich den grund ich muss gerade echt mit denen hier arbeiten ich muss gerade echt mit denen hier arbeiten das sind drei stücke das ist so nervig gerade ja gut ich meine ich bin gerade auf kann mir zumindest nichts passieren mit mit die sache ist gegen einen hätte ich ja auch grundsätzlich nichts weiß so aber ich habe gleich drei stück hier ok jetzt wird übrigens gerade dunkel ja dann kann dann ist es so kann ich nicht schrei schrei mich nicht so an ich komme da ja nicht weg weg diesen scheiß hocklands ich würde dir ja gerne helfen ich habe da gerade selber so ein problem einen erledigt von dreien die anderen beiden packst du auch ich glaube an dich bist das die wurde geslain von hockland jetzt rennen die ja noch weg weil die hier angst vor dieser einen pflanze haben das weiß ich ich habe okay jetzt wieder drei der eine ist wohl ausgewachsen ich hatte nämlich noch einen kleinen hier konnte man das kann man noch mal an also ich kotze oder habe ich denn gar nicht doch hast du es kann nur sein dass du den hotkey erinnern musst weil der standardsgemäß auf den glaub ich auf g untergesetzt ist aber da hängt noch eine weitere mod hinter ja ok ich muss den hotkey nicht erinnern look at the spinning fee da spinner what the fuck alter kann der delphine bitte mal aufhören mich zu erschrecken ich dachte gerade dass da ist irgendwas von oben gespawnt und hätte mir ins wasser gefallen alter das werden immer mehr hocklands hier ich kann dir leider nicht helfen ja mein scheiß problem ist ich kille einen und es sponnt ein neuer klingt nach hydra problem ich bin nicht da ihr seht mich nicht hoff ich hoff ich weiss ich denke ich komm